Wir haben ja nur so'n Pech haben! Da kommt jetzt nichts mehr hin, die werden jetzt alle auch sterben und mein Virus wird sterben. Außer da ist jetzt irgendwie eine Atomexplosion oder so und alle Menschen sind tot. Genau! Irgendwie ist das doch arg unrealistisch. Aber... warum nicht? Dann wäre ich mit meinem Ziel erreicht. Wenn man eben Atomexplosion in Greenland, alle Menschen tot! Dann wäre mein Ziel erreicht! Hat eigentlich relativ gut funktioniert, nur jetzt... Das ist immer dieses Glück, ob Greenland defiziert wird oder nicht. Dieses Land so scheiße abgeschnitten von dem Rest der Welt ist, dass ich mich eigentlich frage, wie das bei der einen Kampagne-Dingens ist. Wo man ja... Nur... Wo die Seewege gesperrt sind. Wie willst du denn überhaupt da hinkommen? Das kannst du ja eigentlich nur mit dem Dienst. Er soll ja wieder mit dem... Ich weiß auch gar nicht, ob man da so ein Virus auswählen kann. Entweder mit dem Mikro... Mikro... oder... Oder eben wieder nach Expo. Anders kommen wir da eigentlich hin. Ich find da keine Worte. Greenland! Hm. Das Video lädt nicht. Na, auch egal. Hm. Hm. Echt witzig. Ich hab englischen Zuschauer. Again! Pfff! 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 Pffft! Pfff! Drei! Pfff! Immer diese Forscher. Immer diese Forscher. Schlimm sowas. Pfff! Pfff! 1 2 Airborne 9 9 Airborne Call for Grand Maid in This 3 Und danach nochmal Code 6 1 6 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Sechzehn. So, Bear Two. Water Two. Achtzehn. Abilities. Drug Resistance. Hä? Drug Ammonie? Kommt das erst nach Drug Resistance? Ja, Romeo. Gut, klingt doch wie ein Upgrade. Drug Resistance. He lol, Sechzehn. Äh, nein! Nein, hör auf! Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Nein! Ich war jetzt ernsthaft zu langsam um das zu skillen? Warum war ich jetzt zu langsam um das zu skillen? Dann mag mich nicht. Das böse zu mir. Couching is main und Anumain Couching Also dieser Virus kann schon mehr variieren als mach andere Was ich sehr doof finde, aber gut R 1 9 3 5 7 11 Das ist doch zu viel Ähm, dann sind die beiden Code-Figmented-Dinger die ich erstmal 3 brauche und dafür brauche ich 6 Saksen Ich glaube aber ich bin jetzt schon etwas schneller 6 Und Dark Resistance 1 Stimmt, beim letzten Mal was in dem Zeitpunkt irgendwie weiter vorne Warum war das so? So bin ich gerade am wenigsten Egal Waterborne Waterborne 10 10 9 Ich will mein Geld ab 7 10 9 10 10 11 12 13 14 15 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 16 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 Irgendwas ist schiefgelaufen, kann das sein. Es ist normal, dass die immer noch hier sind. Und dann schlagartig, wie ein Blitz, fliegt da auf einmal Flugzeug rüber. Klar. Ja, die wurden manipuliert, zum Glück. Zum Glück hat er jetzt gerade irgendwie eine Absendung gemacht. Für Internet. Ist ja ein sehr komischer Virus. Ne, das ist Nanovirus, das ist Technik. Genau, SOMOS-Technik. Abgelegt von Technik. Gut, soviel zur Schleichwerbung. Dafür krieg ich mehr Werbeeinnahmen, nicht? Warum hab ich aktuell dann mit der Werbung nicht mehr Geld verdient? Auf YouTube. Ähm... 24. Schneller. 16. Jetzt ist es auf einmal nicht so knapp. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen chillen, bis die fast fertig sind. Ja, wenn 100% da steht, kann ich instant klicken. Ähm... Genetic Reefstuff. Ja, ne, ich warte jetzt noch ein bisschen. Wenn ich den Trakt der Droge immun mache. Äh... Ich hab jetzt noch ein bisschen gelegt. Ich hab jetzt noch ein bisschen gelegt. Ich hab schon... Sneezing Rash. Aber scheinbar zählt das gar nicht so schnell. Sneezing Rash. Sweeting Skinless Nause. Sweeting Skinless Nause. 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 Das war's. 17. Oh, meeting. 12 12 Mit diesem Virus verlierst du irgendwie des Dingens außer Acht, weil es ja sowieso die ganze Zeit hoch geht Obwohl du es eigentlich beachten musst Wenn du einen Guide hast, musst du eigentlich nicht drauf schauen, weil du es zeitlich immer rechtzeitig hinbekommst Insect 1, Insect 2 16 17 17 Ich bin ja verarschen, wir noch einmal teurer 34 On the Watch List Jetzt ist er on the Watch List Klar, die haben wir nicht schon die ganze Zeit gewusst, dass Da eine Technologie, die dort nicht rumschwirren sollte, dort rumschwirrt Das war jetzt mal eine Bezeichnung 21 31 31 31 31 32 31 32 32 33 35 32